Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Tabak Review heute vom Shades Blugasmus. Der Shades Blugasmus ist der neueste Tabak aus dem Hause Shades. Ihr wisst ja, dass ich schon den Kiwi unglaublich gerne mit Traube gemischt habe. Jetzt ist ein neuer Tabak auf den Markt gekommen. Es hieß erstmal nur Blaubeere, das war erstmal alles, was man wusste. Und bei Blaubeere war ich erstmal so ein bisschen so, in der Regel rauche ich halt einfach nicht viel Blaubeere und deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Aber, offizielle Produktbezeichnung von dem Blugasmus mittlerweile, 70% Blaubeere, 30% rote Früchte. Und das hat es für mich schon wieder deutlich interessanter gemacht. Das Review entsteht relativ spontan. Eigentlich war ich gerade nur ein bisschen am Testen von der neuen Kamera und vom neuen Mikrofon. Aber dann kam der Alex rum, der Alex hatte den Blugasmus dabei, ich habe mir ein Köpfchen gebaut. Ich wollte eh gucken, wie das Ganze aussieht, wenn ich eine Pfeife rauche und das aufnehmen. Und dann dachte ich mir, komm, dann kannst du auch eigentlich gerade noch ein Review drehen. Deswegen jetzt direkt noch das spontane Ründchen. Das heißt auch, dass ich den Kopfball nicht wie normal gefilmt habe. Aber ich blende euch nebenbei nochmal meine Insta-Story ein, wo ich eben noch eine Story rausgauern habe, wie mein gebautes Köpfchen aussah. Das heißt, ich kann euch leider nicht zeigen, wie ich den gebaut habe, aber immerhin wie mein Köpfchen aussieht. Setup ist der Oblaco in der Must-Have Dragon Edition. Kalaut Lotus 1 plus Nier ist obendrauf und das Ganze auf der Breeze 2 mit dem Mint Sleeve. Dazu natürlich das SWG Hygienemundstück. Gibt es übrigens aktuell nicht, aber wird bald wieder verfügbar sein bei Mose. Was mir beim Kopfbau auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist, dass der Schnitt sehr, sehr fein ist. Auch viel feiner, als ich das von Shades bis jetzt so kannte. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt bei allen neuen Sorten ist oder ob das jetzt auch noch für die alten Sorten so kommt. Weil der Quickie zum Beispiel war noch wirklich deutlich gröber geschnitten. Aber ich fand den Schnitt so auf jeden Fall unglaublich angenehm für den Kopfbau. Feuchtigkeit war auch okay, hat sich ein kleines bisschen unten abgesetzt. Das hat sich aber gelegt, sobald man die Dose einmal umgerührt hat. Ich würde sagen, als nächstes kommen wir zum Geruch. Wir riechen einfach mal an der Dose und gucken mal, ob wir die blauen und roten Früchte da rausriechen können. Es hieß online, dass Erdbeere, Himbeere und Heidelbeere drin sein soll. Heidelbeere, Blaubeere, ja wohl irgendwie so genau dasselbe Ding, nur ein anderer Name. Keine Ahnung. Wir riechen mal dran und gucken mal, was wir rausriechen. Man hat auf jeden Fall sofort so eine kühle, frische Note am Start, aber keine Minze. Also wirklich einfach nur so ein bisschen kühl, frisch, als ob man irgendwie die Früchte auf so eine Eisplatte servieren würde. Dafür, dass 70% Blaubeere drin sein sollen, finde ich, dass die gar nicht so krass rüberkommt. Was für mich auf jeden Fall ein sehr positiver Punkt ist. Bei den roten Früchten. Ich könnte keine genauen jetzt nennen vom Geruch her. Also beim Geruch würde ich jetzt nicht irgendwie herausschmecken, so ja, da ist auf jeden Fall Erdbeere, auf jeden Fall Himbeere mit drin. Es riecht so leicht säuerlich, aber vor allem riecht es einfach sehr lecker. Und was auch ein bisschen wild ist, man hat irgendwie so einen Hint von African Queen im Hintergrund. Nur so ein kleines bisschen, aber ist da. Aber Geruch aside, das Wichtigste, wie schmeckt das Ding? Erstmal nehmen wir ein paar Züge und gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also Rauchentwicklung ist auf jeden Fall 1a. Hat auch weder beim Anrauchen noch jetzt, wo das ganze Ding angeraucht ist, gedrückt oder gekratzt oder sonst irgendwas, läuft auf jeden Fall butterweich. Der Geschmack. Der wichtigste Punkt bei jedem Tabak. Wie sieht es da aus? Für mich auf jeden Fall relativ identisch zum Geruch. Also ich könnte jetzt nicht instant sagen, dass da definitiv 70% Blaubeere drin sind. Man hat eine Blaubeernrote auf jeden Fall im Vordergrund. Sie ist aber für mich genau richtig getroffen. Wie gesagt, ich rauche eigentlich nicht so gerne pur Blaubeere. Deswegen bin ich mega happy, dass es nicht pur Blaubeere ist. Auch im Geschmack. Die roten Früchte sind so ein bisschen im Hintergrund. Aber die schwingen auf jeden Fall mit. Man hat sowas Süßes auf den Lippen, aber es hat auch was Säuerliches. Also genau so, wie man das von reifen Früchten eben erwarten würde. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich finde die Abstimmung optimal. Er hat nur eine ganz leichte kühle Note im Geschmack, die auf jeden Fall nicht störend ist. Also auch Leute, die jetzt nicht unbedingt super kühle Tabak-Sorten mögen, sollten mit dem Ding happy werden. Ein Breeze 2 Blow-Off darf nicht fehlen. Ja Leute, das soll es auch schon gewesen sein zu dem kurzen knappen Ding, zu dem Blugasmus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr den Tabak schon probiert habt, wie ihr ihn findet. Oder lasst auch gerne einen Kommentar da, ob ihr findet, dass die neue Video-Qualität oder die neue Audio-Qualität besonders geil ist. Ich versuche auf jeden Fall das Ding hier dauerhaft für euch zu verbessern. Ich bin sehr, sehr happy, wo die Qualität mittlerweile ist. Lasst mir da gerne auch mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Video. Eure Shisha WG.